Herzlich Willkommen wieder einmal live aus dem Humsys Filmstudio. Wie viele von euch sind wieder einmal bereit für meine Kryptonews der Woche, die Humsys Kryptonews der KWS 36, also der Kalenderwoche 36. Ich habe euch für euch jetzt ein Sonderspezial vorbereitet, wo es auch ein bisschen Basiswissen ist, Verständnis mit einbaue, also es wird heute ein bisschen länger dauern, wird wahrscheinlich über eine halbe Stunde hinausgehen, die gesamte Dauer kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen. Also spitzt wieder einmal deine Ohren, sei offen für neues Wissen, was dir vielleicht noch nicht bekannt ist, schiebe mal alles zur Seite, was du jetzt nicht unbedingt brauchst, um die Informationen aufnehmen zu können, um einfach meine Lebenszeit auch wertzuschätzen und auch deine eigene, denn es bringt viel, viel mehr, wenn du wirklich fokussiert bist, eventuell auch etwas zum Schreiben bereithalten. Ich werde dann in der Beschreibung auch wieder alles Wichtige verlinken, damit du einfach auch selbst nochmal nachforschen kannst, das nachlesen kannst und einfach tiefer in die ganze Materie hineingehen kannst. Wir werden uns heute auch mit dem Basiswissen auseinandersetzen, mit dem beginne ich jetzt einmal auch, um das Grundlegende zu verstehen, warum ich mich überhaupt mit dem Kryptobereich befasse, warum es, wie das gekommen ist. Ich werde jetzt auch kurz einbauen, damit du ein bisschen was über meine Person weißt. Ich bin eben der Christian Hummer und 1981 geboren, also schon einige Jahre vorbei, sehr ländlich und dann gab es ein paar Ereignisse, Werkzeugmacherausbildung und dann 2008 Fitnessdrehenausbildung begonnen, progressive Muskelentspannung kennengelernt, Yoga, Qigong und vieles weitere. Ich habe mich dadurch selbst spüren gelernt und dadurch ist ein innerer Veränderungsprozess in Gang gesetzt worden, der unaufhaltbar war und der sich über viele Jahre erstreckt hat. Ich bin auf Dinge aufmerksam geworden, ich habe mich für neues Wissen geöffnet und so kam eins zum anderen, dass auch der Kryptointeresse gekommen ist, weil ich einmal Investmentfehler gemacht habe, der mir ziemlich viel lehrreiche Schmerzen bereitet habe. Ich habe diesen Prozess gebraucht, um mich auch diesem Thema der finanziellen Freiheit, der finanziellen Bildung zu öffnen. Das war mein Einstieg, ca. 5 Jahre müsste jetzt her sein, wenn ich mich nicht täusche, 5-6 Jahre sowas in die Richtung war der Ursprung. Dann habe ich auch in dieser Richtung sehr viel Ausbildung gemacht, im Thema finanzielle Freiheit, Krypto habe ich damit auseinandergesetzt. Ein ganz wichtiges Buch, mit dem du dich auch auseinandersetzen kannst, war z.B. Wäre es hier das Geld von Braun Schreier, wo es einmal in die Hintergründe geht, wie wird eigentlich das Geld regiert, welche Hintermeld oder welche Organisation entsteht da dahinter, da gibt man ein bisschen Einblick. Und dann zum Thema Krypto oder auch Bitcoin Geld ohne Staat von Aron König kann ich auch empfehlen, das zu lesen, wo es einfach ein bisschen zeigt, dass Bitcoin ganz ohne Staat rauskommt, mehr oder weniger, oder wie das einfach ausschaut. Und ich habe mich dann auch mit Robert Kiyosaki ganz tief auseinandergesetzt, habe da einige Bücher von ihm auch gelesen, die bekanntesten sind z.B. Rich Dad Burdett. Ich habe aber mit Cashflow-Quadrant begonnen, wo Rich Dad Burdett besser das Einstiegsbuch ist und habe danach Rich Dad Burdett nachgeschossen. Und beim Cashflow-Quadrant habe ich einfach erkannt, dass es unterschiedliche Einkunftsquellen gibt. Also man kann nicht nur Angestellter sein, also beruflich aktiv zu sein, man kann auch selbstständig zu sein, was ich in diesem Zeitpunkt auch schon begonnen habe, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest ist das auch schon wieder 2017 glaube ich, habe ich mich selbstständig gemacht, hatte da auch vor Riesenangst. Ich habe auch vom Bodo Schäfer Buch gelesen, der Weg zur Film-Seelen-Freiheit. Ich könnte noch viele mehr aufzeigen, was ich da alles gelesen habe. Auch von Robert Kiyosaki Investment Guide. Ich werde euch jetzt dann auch den Bildschirm zeigen, ein bisschen aufzeichnen, damit ihr auch folgen könnt. Und in der Tiefe versteht, was ich jetzt euch auch an Krypto-Jubus und die Basis dafür, damit man überhaupt versteht, warum es Sinn macht, sich finanziell weiterzubilden. Auch im Krypto-Bereich gehört dazu. Man kann in finanzieller Bildung sehr auf unterschiedlichen Ebenen damit befassen, erstmal das Basiswissen, was überhaupt ein 6-Konten-Modell zum Beispiel, dass ich mein Geld lerne zu verwalten, dadurch auch wirklich in Schubladen einteile, wohin meine Einnahmen fließen und das ganz klar definiere, was ist ein Bereich für finanzielle Weiterbildung. Ich habe da auch in diese Richtung schon mal was gemacht, um dieses 6-Konten-Modell ein bisschen zu erläutern. Also da geht es jetzt nicht in die Tiefe. Dann eben auch das Mindset drumherum, also sich die Angst zu nehmen davor, mit seinem Geld auch in Richtung Investor zu gehen, also zu investieren, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, nicht mehr nur Zeit gegen Geld zu tauschen, was man über die Arbeit hauptsächlich macht. Also ich gehe irgendwo zur Arbeit, erhalte dafür ein Einkommen und das war es dann. Und ich kann aber auch mit meinem Geld, dass ich mir zum Beispiel durch Arbeit aus Angestelltenverhältnis oder eben auch Selbstständig oder Unternehmer, was er da in Robert Kilsacki beschreibt, auch die unterschiedlichen Mindset-Geschichten, also die Denkprozesse der einzelnen Bereiche, was ein Angestellter von einem Selbstständigen auch in Bezug auf Denken oder Investor unterscheidet. Und dann habe ich einfach kapiert und verstanden, dass das hier die Lösung ist, die finanzielle Bildung, was man ja auch mit Robert Kilsacki vielfach in seinen Büchern nachlesen kann. Dann habe ich auch das Buch Fake von ihm gelesen, wo es eben darum geht, wo er wirklich beschreibt, was echtes Geld ist. Da hat er auch Bitcoin und andere Kryptos als Geld des Volkes bezeichnet. Auch auf Gold ist er da eingegangen, auf gute Lehrer und Fake-Lehrer, wie es auch bezeichnet. Also von Menschen, die man wirklich etwas lernen kann, die aus der Praxis kommen, kann er von mir. Meine Schwerpunkte sind einfach im Gesundheitsbereich, da kenne ich mich aus, da kann man mich sehr viel fragen. Ich kenne mich aus, was Bowen betrifft, Körperarbeit. Auf energetische Ebene kenne ich mich ganz, ganz gut aus. Auch die Qigong-Ebene haben mich sehr, sehr tief auseinandergesetzt. Also das sind meine Fachgebiete auch und da kann man mich etwas fragen und da kann ich dir auch etwas beibringen. Würde ich nichts über Gärtnern beibringen können, Bäckern oder irgendwas dergleichen, was oder einen Beruf fremd, Elektrik, zitätsmäßig kenne ich überhaupt nicht aus. Es gibt immer etwas, was man von Menschen lernen kann und das beschreibt er auch in diesem Buch Fake. Und dann habe ich irgendwann einmal erkannt und auch festgestellt, dass Wissen uns einfach vorenthalten wird, auch in Bezug auf Training, Fitnessbereich, Körperwissen. Und wie ist es möglich, dass uns dieses Wissen so lange vorenthalten wurde, in Bezug auf mich zumindest, was ich entdeckt habe. Warum ist das nicht in der breiten Öffentlichkeit? Warum wird das nicht gelehrt, zum Beispiel auch in Schulen schon von Beginn an? Wieso lernt man da seinen Körper nicht spüren? Warum kommt das nicht vor? Also irgendwie war das für mich ein bisschen koscher, mehr oder weniger. Jetzt teile ich auf meinem Bildschirm und habe dann einfach erkannt, ihr braucht einfach mehr an Wissen. Und warum dieses Wissen uns vorenthalten wurde, war mir diesmal dann erst später klar geworden. Und dass das ganz, ganz entscheidend ist, hier auch zu diesem Wissen Zugang zu haben. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier an meinem Bildschirm auch sehen. Ich werde das nur mal ganz kurz abchecken. Also keine Sorge, es geht gleich weiter. Ich werde ja noch kurz überprüfen, ob auch die Technik spielt und ob das läuft. Und dann schauen wir uns einfach das zusammen an. Wie gesagt, man braucht ein gewisses Grundwissen oder Basiswissen, um hier da wirklich up-to-date mit dabei zu sein. Und genauso wie es letztes Mal war, mag ich mich irgendwie gerade nicht mit meinem Stift zeigen lassen. Heute habe ich es auch schon probiert. Schauen wir gleich mal. Jetzt checken wir mal kurz, Technik passt, ist alles da, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann gehen wir da kurz nochmal raus oder zurück und vor und dann schauen wir mal, ob wir das jetzt schaffen. Pinsel, ok. Den Stift hat er aus irgendeinem Grund dann immer wieder nicht dabei. Also man braucht ein gewisses Basiswissen, um erstmal das Verständnis dafür zu haben. Und was eben ganz entscheidend ist, ja ohne Verstehen bringt mir das alles nichts. Jetzt werde ich dann kurz nochmal das weg tun. Es scheint, mag es mir doch gerade nicht, sonst versuche ich das nochmal neu zu schließen. Oder einfach nochmal Neues aufzumachen, das könnte funktionieren. Und dann schauen wir mal, ob ich die Erztlaster wegzeigen möchte. Genau das wollte ich erreichen. Also dieses Basiswissen ist ganz, ganz entscheidend. Ich brauche ein Fundament. Wie wann ich ein Haus aufbaue, brauche ich hier ein Fundament. Machen wir es einmal so. Ich baue ein Haus auf. Und ich brauche hier ein Fundament, auf dem ich das Haus aufbauen kann. Und das ist einfach das Basiswissen in Bezug auf finanzielle Freiheit. Ich muss einmal verstehen, wie meine Handlungen im alltäglichen Leben den Unterschied aufmachen, ob mein Haus auf einem Bein oder auf mehreren Beinen fest und stabil steht und einfach unzerstörlich da mehr oder weniger im Gleichgewicht ist. So wie es Tag und Nacht gewiebt, ist einfach das auch ein entscheidender Punkt, dass wir hier uns im Gleichgewicht befinden. Habe ich hier nur ein Standbein aus Arbeit, welcher Beruf das auch immer ist, dann ist das einfach keine stabile Geschichte. Also du kannst dir das jetzt einmal wegdenken. Du stehst nur auf einem Bein, dann wird das Ganze ein bisschen wackelig und kannst dir vorstellen, dass das Ganze zusammenbricht. Du hast aber alle Beine auf mehreren Geschichten. Du hast eine finanzielle Bildung genossen. Du kennst dich vielleicht ein bisschen mit deinem Körper aus. Du weißt, wie es ein Führerschein, Körperführerschein würde dich nennen. Du hast ein grundlegendes Verständnis für deinen Körper, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du ihn gesund erhältst und so weiter. Und jedes einzelne Standbein, du bist vielleicht in guten persönlichen Beziehungen, Freunde, Familie, Partnerschaft und dergleichen. Und da kann man natürlich dann noch vieles mehr hinzufügen an diesen Standbeinen, um einfach das Fundament zu haben. Und ich habe erkannt, dass irgendwie jedes einzelne Fundament nicht geleert wird und einfach da nicht in die Tiefe gegangen wird. Und jetzt gehen wir da kurz nochmal raus aus diesem Bildschirm. Und jetzt schauen wir uns einmal etwas an. Da wir natürlich dann auch zum Hauptthema schon langsam kommen. Jetzt checke ich nochmal, passt alles? Jawohl. Jetzt schauen wir uns hier einmal an. Ich habe da schon etwas offen. Das habe ich auch öfter schon gezeigt. Den Goldchart seit 1980. Also ich bin ja 1981 geboren. Das können wir uns hier auch einmal anschauen. 1981 war mein Geburtsstartup. Und da, wenn wir hier sehen, war um die 439 Euro eine Unze Gold wert. Dann war eher so ein bisschen nach unten gegangen, über viele Jahre. Und dann 2008, hier der der Lehman Bank Crash. Und seither sieht man, das Goldpreis geht nur nach oben. Außer hier einmal, ja. Da sieht man einmal, da gab es einmal einen kurzen Downtrend, bis sich dann das Ganze wieder nach oben entwickelt hat. Und heute stehen wir bei einem Goldpreis von 2559 Euro. Und dann können wir uns diesen Wert anschauen. Also eine Unze Gold kostet so viel. Und damit kann man ein bisschen anschauen, mit was sind das für Zusammenhängen, warum ist das Ganze überhaupt passiert, wenn man das in der Tiefe ein bisschen versteht. Habe ich dann richtig ganz, ganz konkret verstehen gelernt, durch das Buch Fake von Robert Kiyosaki. Da hat es mir dann mehr oder weniger die Haare aufgestellt, bis ich die ganze Komplexität dahinter verstanden habe, was auch 2008 passiert ist. Und dann auch, warum Bitcoin gekommen ist. Wie gesagt, habe ich ja vorhin gezeigt, Bitcoin, Geld ohne Staat. Wer regiert das Geld? Dann habe ich begriffen, okay, die finanzielle Bildung ist jetzt sehr, sehr schlau. Gerade, weil wir uns in dieser Phase befinden, wo eigentlich der Goldwert nur nach oben geht. Und das sehr, sehr rapide. Und wenn wir uns einmal anschauen, in einem Jahr haben wir einen Zuwachskopf von 25 Prozent das letzte Jahr. Oder in fünf Jahren 60 Prozent und zehn Jahren 131 Prozent. Und da ist aber 2008, 2008, sieht man da eben noch gar nicht mehr drauf. Wenn wir da wieder reinschauen, 2008 lag nach der Lehman-Bank-Crash ca. bis 600 Euro 2008. Und da ist wahrscheinlich das Ganze schon eingeleitet worden. Und da ging es rapide nach oben. Also da sieht man, da ist etwas ganz, ganz faul. Und in dem Buch Fake ist mir das noch viel klarer geworden, dass hier sehr viel faul ist. Und da mehr und weniger das Ganze schon so weit verfault, dass der Apfel schon ganz, ganz stimmt. Und man kann jetzt eines machen, du kannst in einem Apfel einen Wurm drin haben und den Essen, der Wurm war trotzdem drin. Also dadurch verändert sich der Apfel nicht. Und vor allem, wie ich verstanden habe, dass dieses Geldsystem da sehr, sehr, sehr viel einfach nicht funktioniert oder da war. Und dann war mir eines klar, Kryptomarkt macht Sinn. Vor allem schauen wir uns jetzt mal den Tschad einmal an, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Hat ja der Robert Kiesacker nicht ohne Grund. Er hat auch einige Jahre gebraucht, dass er sich mit diesem Thema auch auseinandersetzt hat, weil er da nicht technisch so versiert ist und sich für solche Bereiche so enorm. Er kennt sich zwar in Bezug auf Immobilien, wenn man da einiges von ihm anhört, sehr, sehr gut aus und ist etwas, was er auch gerne macht. Oder auch in Bezug auf Gold kennt er sich toll aus, weil er auch schon eigene Miniengehalt gehabt hat und so weiter auch noch heute. Und da kennt er sich aus. Und dann schauen wir uns einmal den Bitcoin-Chart an und jetzt gehen wir dann auch in dieses News-Thema ein. Also wenn du begriffen hast, dass finanzielle Bildung etwas ist, was definitiv nicht verkehrt ist, weil man hier Dinge versteht, wie das Geldsystem ist, was den Unterschied macht zu echtem Geld und Fake Money. Und da sieht man eben den Bitcoin-Chart, den ich auch schon häufig bezeigt habe. Man kann den natürlich auch in Euro anzeigen lassen hier oben. Ich bin hier auf coinmarketcap.com und dann kann man hier auch den Euro-Wert sehen. 50.500 stehen wir gerade für ein Stück Bitcoin. Und Goldpreis eine Unze. Also da geht es um das Gewicht. Und beim Bitcoin geht es um ein Stück. Und hier kann man sehen, 2008 nach der Lehman Bank Crash ist eben dann das gekommen Bitcoin. Das haben noch sehr wenige gekannt. Was überhaupt Blockchain ist, hat sich niemand auseinandergesetzt oder sehr wenige. Ich gehöre auch dazu. Ich habe da nichts davon gehört oder auch mich bei Weitem noch gar nicht dafür interessiert. Da habe ich noch ganz andere Ideen gehabt. 2008 habe ich meine Fitnesstrainer-Ausbildung begonnen. Da habe ich sehr viel lernen dürfen über die vielen Jahre. 2012 war dann auch so ein Punkt, wo ich dann auch aus dem alten Berufszweig rausgestiegen bin. Nur am Rande. Und wenn wir uns jetzt mal die aktuellen Krypto-News der Woche anschauen, auf die ich jetzt eingehen werde. Erstes Mal zum Beispiel das hier auf Cointelegraph. Könnt ihr euch das anschauen. Ich werde das dann wieder unten verlinken. Züricher Cantonal Bank beginnt einfach Bitcoin und Ethereum. Hier kann man es lesen. According to an Official Account on September 4, Züricher Cantal Bank is now offering a trading and custody service for Bitcoin and Ethereum. Also wir bieten Handel und Verwahrung von Bitcoin und Ethereum dann an. An ihren Kunden. Und die haben doch sehr sehr viele und verwalten auch sehr viele einzelne Schritte. Das ist eine der größten Banken in der Schweiz von 200 Billionen und 235 Billionen Dollar. Also da ist ein bisschen Geld dahinter. Das ist ein News der Woche, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Es gab ja dieses Jahr schon sehr sehr viele einzelne Schritte. Angefangen vom Bitcoin ETF, der gelauncht wurde, wo einfach Vermögensverwalter ein Produkt anbieten, das man indirekt in Bitcoin investieren kann. Also nicht direkt, sondern indirekt. Das ist natürlich für solche Vermögensverwalter ein enormes Geschäft. Und ermöglicht natürlich auch Größeren hier einzusteigen, die nicht so einfach in Bitcoin direkt investieren können, weil es einfach mit vielen rechtlichen Aspekten auch zu tun hat, was es dafür braucht und so weiter. Nur so am Rande, auch Ethereum, gab es ein Bitcoin, ein ETH Spot ETF. Und das sind einmal die Highlights auch dieses Jahre dann auch, dass der Trump eben dann auch auf der Bitcoin Konferenz gesprochen hat und da sehr sehr pro Bitcoin sich ausgesprochen hat. Und jetzt einfach auch zu sehen ist. Ein weiterer Aspekt ist eben auch noch diese Woche, was man uns anschauen kann, einer der größten in Österreich. Bitpanda ist eine zentrale Kryptobörse, wird Partner von der NFL. Die NFL hast vielleicht schon mal gehört, was die machen. Das ist ein Sport. Das hat mit Sport zu tun. Und die haben eine riesen Fangemeinde, die NFL. Und da gibt es auch ein Spiel dann geplant. Hier kannst du das eben nachlesen. Ich werde das dann auch wieder unten verlenken, was diesen Bezug auf American Football eben bedeutet. Und dass die eben von Bitpanda, eine Kryptobörse, Partner, der Partnerschaft eingegangen sind. Dann ein weiteres Highlight vor kurzem ist der Cardano Chang Hartford erfolgreich durchgeführt worden, wo es eben darum geht, dass jeder Einzelne, der hier Adder Inhaber ist, also Cardano Coins hält, sich an eine Abstimmung mitbeteiligen kann. Also jeder bekommt hier dann ein Stimmrecht. Und das auf einer dezentralen Blockchain ist schon eine ganz geniale Geschichte und bedeutet einen maßgeblichen Punkt in der Geschichte der Menschheit in Bezug auf die Blockchain Technologie, was hier alles kommt. Also das sind einmal die Highlights der Woche. Im Bezug auf Krypto und der wichtigsten führenden Kryptowährung würde ich mal sagen, zähle ich Cardano definitiv dazu. Man kann hier auf Köln Market Cap einfach nur mal draufklicken, dann sieht man einfach hier die Top 10 vom Market oder 11, was da eben vom Marktkapitalisierung ganz, ganz weit vorne sind. Man kann hier auch immer draufklicken, dann kommt einfach ins Plus, also was die letzten 7 Tage am meisten performt hat oder genauso auch, was die letzten 7 Tage am meisten nach unten gegangen ist. Und es gibt halt auch diese Zyklen, die habe ich ja auch schon mal beschrieben. Ich werde da noch mal kurz drauf eingehen. Da habe ich ein eigenes Webinar zu diesem Bezug schon mal gemacht. Machen wir nochmal ein neues auf, wo ich einfach auf diese Zyklen eingegangen bin, die man auch in Bezug auf den Finanzmarkt immer wieder sehen kann. Also diese Auf und Abs, die Downtrends oder eben auch die Phasen nach oben. Und in Bezug gibt es ja auch die Mondphasen zum Beispiel oder eben auch Mondphasen beeinflusst ja auch das Wasser, also der Wasserstand geht nach oben oder der Wasserstand geht nach runter. Und da gibt es natürlich Einflussquellen, also der Mond hat einen großen Einfluss auch auf das Wasser. Nicht nur mehr, sondern auch auf unseren eigenen Körper. Das sind Zyklen, die sind naturgemäß nicht veränderbar. Zumindest auf unserem Planeten ganz, ganz maßgeblich entscheidend, damit das ganze System überhaupt funktioniert. Genauso gibt es im Finanzmarkt diese Zyklen. Trend nach oben oder wieder Trend nach unten. Ich muss natürlich wissen, wenn ich auf der Investorseite bin, also ich mich für irgendeine Idee habe, irgendwo etwas zu investieren, sei es jetzt an Zeit oder auch an Geld, dass ich natürlich weiß, was ich tue. Ich muss irgendwie gewisse Basiswissen haben und überhaupt mit diesem Marktumfeld oder Ingebenheiten, wie es ja auch in Bezug auf Körper ist, wenn ich über meinen Körper Bescheid weiß, dann gehe ich ganz, ganz anders um, als wenn ich nicht Bescheid weiß über meinen Körper. Und genauso kann ich mich mit finanzielle Bildung, wenn ich finanzielle Grundbildung habe, was die Finanzen betrifft, dann gehe ich halt ganz, ganz anders um, als wenn ich dieses Wissen nicht habe. Und wenn wir uns jetzt nur mehr auf diesen Bezug die Kurve, also ich habe hier mehrere Zyklen gehabt beim Krypto, Token, Bitcoin nach unten, Bitcoin nach oben. Dann habe ich hier mal meinen Arftrend gehabt, also das ist zum Beispiel nach einem Halving, was ja nichts anderes heißt, wie Halbierung. Es gibt ja beim Bitcoin immer wieder ein Halving, alle vier Jahre circa, wo weniger Bitcoin erstens mal entstehen und die Miner auch weniger Bitcoin erhalten. Durch die Rechenleistung, die Sie zur Verfügung stellen und das leitet natürlich immer wieder den nächsten Zyklus ein, der alle vier Jahre stattgefunden hat und auch die nächsten Jahre noch stattfinden wird. Und jetzt schauen wir uns das nur mal hier an. Diese Zyklen kannst du natürlich dann auch hier sehen, wenn du auf diesen Chart gehst. Bitcoin und dann natürlich das große Ganze betrachtest und nicht die letzten Monate oder das letzte Jahr, wo es, wenn ich ganz raus zoome, dann sehe ich diese vier Jahreszyklen. Da sieht man sie wenig, weil wir einfach auch noch sehr wenig davon bekannt waren. Und erst, wie das Ganze größer geworden ist, kannst du natürlich sehen, dass diese Zyklen immer werden weiter nach oben gehen. Und das letzte Halving war dieses Jahr und jetzt sind wir einfach gespannt, wann dieser nächste Zyklus irgendwo wahrscheinlich da um die 100.000 Euro hinkommen wird. Das wird sich zeigen. Und man sieht ja auch im Goldpreis, dass dir der schön mitgeht mit diesem Zyklus. Bitcoin, 10 Jahre schauen wir uns das jetzt an. 2008, Lehman Bank Crash. Und dann die ganze Plandemie-Geschichte. Also ich bezeichne das als eine Plandemie. Das war nichts anderes wie eine Plandemie. Riesenangst mache dahinter. Mir hat sich die Gänsehaut aufgestellt, mehr oder weniger. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, was da jetzt auf dieser Welt schiefläuft in Bezug auf eine Krankheit. Und ich habe natürlich aus meinem tiefsten Verständnis für den Körper erkannt, dass da definitiv etwas sehr, sehr faul war. Schon am Anfang der Zeit. Und vor allem auch die Reaktionen der Menschen darauf hat mir gezeigt, dass da sehr viel Unwissenheit in der breiten Gesellschaft vorhanden ist. Sonst hätte sowas in dieser Art und Weise niemals funktioniert, dem Menschen so eine enorme Angst einzujagen. Wenn das Basiswissen da gewesen wäre für den eigenen Körper. Und wenn natürlich nicht einzelne Institute eine Riesenmacht hätten, um das Volk in eine gewisse Richtung zu lenken. Und das sind einfach Dinge, was man verstehen muss. Und ich habe auch einmal dann durch eine Fitnesstrainer-Ausbildung am Knie nicht direkt eine Verletzung gehabt, sondern ich bin ja öfters laufen gegangen und habe innenseitig einfach Beschwerden gehabt, hin und wieder Schmerzen beim Laufen oder nach dem Laufen. Und dann war ich einmal bei einer Laufuntersuchung und habe dann festgestellt, habe ich aber schon Basiswissen gehabt. Und dann in späterer Folge noch viel mehr Erkenntnis, weil ich dann auch von Paul Jack in Bezug auf Totenpol, da habe ich auch ein eigenes Video auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht. Das könnt ihr euch auch nochmal verlinken. Auch auf meiner Webseite könnt ihr das finden. Wenn es da reingeht, meine Webseite habe ich hier kurz irgendwo, glaube ich, schon geöffnet. Wenn es da nicht, machen wir es einfach einmal auf. Humseith Functional und da habe ich einfach hier in Bezug auf Gesundheitswissen, wenn du diese drei Reiter aufmacht, Humseith Wichtige Informationen, dann findet ihr hier Gesundheit für Mensch und Umwelt sehr viel Basiswissen. Und auch Jack Totempfahl. Und da habe ich dann erkannt, dass die Hierarchien von unserem System so aufgebaut sind, von oben nach unten, Kieferatmung, innere Rhythmen. Ich habe das ganz, ganz genau zumindest versucht, von Paul Jack die Informationen zu übersetzen und einfach das nach meinem besten Wissen und Gewissen einfach in die deutsche Form zu bringen. Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass hier durch das Laufen, ich habe eine Kieferfehlstellung und das positioniert mein Becken anders. Hier sieht man das Becken unten und hier das Kiefer. Und Atmung ist auch nur eigentlich vor dem Kiefer. Kiefer bedeutet Nahrungsaufnahme. Priorität aus Überlebensperspektive ganz, ganz, ganz weit oben. Also unser gesamtes Körpersystem, Nervensystem und so weiter entscheidet für uns selbst, dass das Priorität hat und das in seiner Funktion bleiben muss, bevor hier alles andere. Also das ist Priorität. Unser Körpersystem schaut lieber, dass unser Kiefer funktioniert, als dass zum Beispiel hier das Becken in der richtigen Position ist, schaut lieber, dass das Kiefer in seiner Position ist. Und dann muss ich natürlich das gesamte System darunter auch anpassen und findet eine Kompensation statt. Dann ist natürlich mein Laufschritt ein bisschen anders. Meine Druckverteilung ist ein bisschen anders, weil sich mein Becken anders stellt. Und bei dieser Laufuntersuchung, wie ich da gehabt habe, da habe ich auch noch eine Laufanalyse machen lassen. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen abweiche, aber du wirst dadurch ein Grundverständnis kriegen und in der gesamten Komplexität verstehen, warum das so entscheidend ist, dass man Basiswissen hat. Also ich bin da für eine Laufanalyse gegangen, habe da Druckmessplatten in den Schuh integriert bekommen, bin auf einen Laufband gelaufen und die hat sich dann da die Druckverteilung angeschaut und hat dann auch Beckenpositionen angeschaut und so weiter, hat dann mir Einlagen empfohlen. Nicht wusste, aber damals glaube ich noch gar nicht oder habe ich schon ein bisschen Basiswissen gehabt. Ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen, aber ich habe gewusst, dass Einlagen zumindest nicht so positiv sind, weil ich mich mit dem Thema Laufen, Laufanalyse angesetzt habe, da in die Richtung auch schon Fortbildungen hatte und auch eine Diplomarbeit darüber befasst habe und habe auch gewusst, wie wichtig das ist, dass Einlagen nicht die Lösung sein können. Und das einfach nur versucht, ein System anzupassen, das aus einem gewissen Grund etwas verändert hat. Also mein Kieferpriorität vom Körpersystem überleben, ganz, ganz maßgebliche Nahrungsaufnahme, deshalb, alles darunter ist nicht so enorm und entscheidend. Wichtig ist, dass das funktioniert, dass ich überleben kann. Und dann findet eine Anpassung in der unterliegenden System statt. Und wenn wir das jetzt auf die Finanzwelt übertragen, findet immer nur eine Anpassung statt. Das, was passiert oder das, was von außen kommt, sei es jetzt auch hervorgebrachte Dinge, also die, was wenige Menschen steuern, bringt eine Anpassung. Und der Großteil der Anpassung findet mit einer Geldmengenausweitung statt, was ja der Robert Kiyosaki auch schön in dem Buch Fake beschränkt hat. Geldmengenausweitung führt unweigerlich zu so etwas. Goldpreisanstieg und natürlich Inflation. Gold behält seinen Preis mehr oder weniger und Euro verliert seinen Wert. Durch die Geldmengenausweitung ist es ganz, ganz klar und verständlich, wenn ich etwas nicht mehr rar mache, ich weite die Menge enorm aus, verlieren es an Seltenheitswert. Ich habe mir auch einige Silbermünsten schon gekauft, die durch ihre Limitierung, weil es eine gewisse Limitauflage gibt und da einfach nicht mehr erzeugt worden sind. Es gibt dann meistens so Zweitauflagen und so Geschichten. Ja, das gibt es dann, aber dann ist trotzdem die erste Auflage von einer bestimmten Jubiläums-Silbermünze viel, viel mehr wert als das, was danach kommt. Und deshalb ist natürlich bei Bitcoin auch das zu sehen, das war die Ursprungsidee, eine Adaption oder eine Veränderung des Geldsystems, die auch ein paar Einfache Idee hatten, die ursprüngliche Kryptografie zu verwenden und in ein nutzbares oder rares zu verwandeln, was limitiert ist durch Energie, durch die Menge und so weiter und nicht ausgeweitet werden kann. Und eben auch dann auch nur sicher von einer Person zu einer anderen transferiert werden kann, ohne dass ich eine Bank noch benötige. Also ich brauche im Prinzip die mittlere Instanz gar nicht mehr, um eine Person zu einer anderen etwas transferieren zu können. Es hat gewisses auch obsolet gemacht. Und klar, hast du dann hier, wenn das auch größere Institute mitbekommen, von wem auch die Idee auch immer stammte, von dem Synanomen Namen Satoshi Nakamoto, sei dahingestellt, es ist nur eine Sache, dass diese Idee einfach grandios war. Und das hat einfach diesen Zyklus Kryptomarkt eingeleitet und darauf folgten viele andere Ideen, wie auch Cardano von Charles Foskelsen, der auch einmal bei Ethereum dabei war und dann seine eigene Blockchain-Idee mit vielen anderen. Es kann ja nicht alleine groß werden lassen, bis es dann auch zu dieser Governance-Geschichte gekommen ist, also dass man abstimmen kann, habe ich auch hier vorhin gezeigt, und da kannst du jetzt hier einfach für dich nur eines machen, eine Entscheidung treffen. Ich werde jetzt noch mal kurz hier auf den Neuen aufmachen. Du kannst nur eines tun, du erkennst im Außen, was hier passiert, oder im Inneren und betrachtest einfach einmal, dass hier etwas gekommen ist, eine Idee, die da ist, um zu bleiben. Bitcoin, ich nenne jetzt einfach mal das 2008-Datum, was auch für mich ein ganz maßgebliches Datum war, und das etwas eingeladen, das hat ein neues Asset, das hier gekommen ist, und so bleiben und immer wären Werte wie Plus das Gold, was ich hier mal in Gelb einzeichne, was auch seit 2008 genau derselben Trend sollte. Und in dem Buch Fake, was ich jetzt einfach hier mal aufschreibe, was ich immer wieder nenne, weil es einfach so verständlich geschrieben ist von Robert Kiyosaki, dass das Prinzip fast jeder verstehen kann, der ein bisschen Verstand hat. Was hier? Kiyosaki. Das Buch Fake. Also, ich kann nur sagen, lesen, unbedingt lesen. Und jetzt hast du einfach die Ideen, du kannst die Augen verschließen, ich zeichne dir das jetzt einfach einmal so ein, kannst die Augen verschließen, vor diesen ganzen Dingen, die da sind, oder deine Augen sind vernebelt, weil du hast es gar nicht im Blickfeld, weil dein Fokus da gar nicht hingeht, sondern du hast vielleicht ganz andere Probleme. Du sagst, Inflation ist da, du konzentrierst dich nur auf die Inflation oder dass die Arbeit scheiße ist oder irgendwas dergleichen, anstatt dass du erkennst, dass du alles selbst in deiner Hand hast. Du bist der Meister deines Schicksals. Genauso wie ich es erkannt habe, erstens mal habe ich gewisse Dinge in meinem Leben manchmal unbewusst herbeigeführt, im unbewussten Zustand, weil ich einfach es nicht besser wusste oder weil Prägungen in mir da waren, die mich im Leben vor gewissen Dingen die haben mich einfach nicht damit befasst, gar nicht interessiert oder einfach nicht gesehen, weil meine Empfangsadresse oder mein, wenn ich hier ein Radio habe, mit der Antenne und ich stelle hier auf diesem Drehrad eine gewisse Frequenz ein, dann kann ich einen Sender empfangen und ich würde aber keinen anderen Sender empfangen, wenn ich nicht diese Frequenz einstelle. Ich brauche eine gewisse Frequenz, um einen Sender zu empfangen. Und dann habe ich meinen Schalter nicht auf diesen Bereich eingestellt, dann werde mir das erstens mal null interessieren und geschweige denn, geht das alles irgendwie bei mir vorbei, weil man sich nicht dafür interessiert. Und das habe ich einfach dann verändert in mir und dann hat einfach sehr vieles auch bei mir angefangen, sich zu verändern. Ich habe mich mit diesem Kryptobereich befasst, habe Ideen kennengelernt, habe auch begonnen, da Geld hineinfließen zu lassen. Wie gesagt, das alles ist nur Information, du darfst deine Entscheidungen selbst treffen. Kann nur jeder für sich selbst, was er mit seinem Leben anfängt, wohin er den Weg gehen soll, oder das kannst, das kannst du, wie gesagt, nur du selbst entscheiden. Das ist nur eine Information. Du darfst natürlich selbst entscheiden, was du mit dieser Information anfängst. Was eben diese Woche auch noch ganz, ganz toll war, ein Projekt, das ich bereits schon sehr viele Jahre mitverfolge, weil ich einfach da sehr tief überwiert bin. Ich werde das dann auch unten verlinken. Ihr könnt euch das Video dann nochmal anschauen zu diesem Projekt. Da ist eben jetzt vor kurzem ein Marktplatz gelauncht worden. Jetzt geht es darum, auch mit einem Token bezahlen zu können, inklusive Cashback, Umweltprojekte werden finanziert, Menschen und so weiter. Ganz, ganz tolle, coole Geschichte auch in den Token aufgebaut und das wird so grandios in den nächsten Jahren und das Projekt ist jetzt aus der frühen Kinderschulphase rausgekommen. Ich werde das, wie gesagt, dann unten auch verlinken. Ich bekomme natürlich da ein bisschen was dafür. Ihr unterstützt mich da persönlich und es kommt bei mir an und ihr werdet es natürlich auch von diesem genialen Tool, dieser App, was man damit machen kann, einkaufen kann und so weiter enorm profitieren, wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr offen seid dafür, dann findet ihr das unten in meiner Beschreibung, den Link zu dieser weiteren vertieften Information. Um das Ganze noch ein bisschen zusammenzufassen, Krypto Highlights der KW 36, dass ihr versteht, dass es hier ein Fundament braucht und stehe ich nur auf einem Bein auf Einkommen aus der Arbeit oder aus selbstständigen Quellen zum Beispiel oder auch nur ein Unternehmen, ich habe nur Einkommen aus einem Unternehmen, dann bricht mir das weg, aus irgendeinem Grund auch immer, was ja in den letzten Jahren auch sicher nicht nur mich getroffen hat, sondern andere auch, dass zum Beispiel nicht mehr arbeiten durften aus der Grund der Pandemie, also Angstmache und so weiter und dann ist auf einmal etwas weg, was dir ein Einkommen brennt oder einfach viel weniger in der Geldbörse ist plus der zusätzlichen Instanz, dass die Inflation steigt und du einfach mit deinem Geld nicht mehr das gleiche kaufen kannst wie zuvor und eben auch die Preise angehoben werden und du einfach immer weniger übrig bleibst. Und ich kann es nur sagen, dass jetzt dieser Kryptozyklus, der bevor besteht, eine riesen, riesen, enorme Chance ist, die so groß ist, dass wenn man sich mit diesem Thema nicht befasst und nicht einmal ansatzweise vorstellen kann, was da alles auf dich oder auf uns alle zukommt in Bezug auf Technologien, die, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, was ja mittlerweile doch schon einige Jahre tun und ich noch einmal ansetzweise vorstellen kann, was da alles aufgebaut wird und vor allem mittlerweile auch schon sehr nutzbar wird. Also es kommt schon langsam aus diesen Kinderschuhen aus. Es gibt natürlich immer wieder neue Projekte, was ja in der letzten KW 35 in Bezug Schwerpunkt auf Cardano Bereich auch ein paar Ideen verbreitet habe. Also ihr könnt auch im Humsys Krypton News KW 35 nochmal nachhören, was ich da in Bezug auf Cardano so gezeigt habe und erwähnt habe und die verlinkt natürlich auch habe. Und es gibt da nicht nur auf Cardano Blockchain sondern sehr viele andere Blockchain Serium Solana und sehr viele Entwicklungen dann natürlich auch auf diesen darauf wieder aufgebaut also bottom up darauf etwas aufzubauen auf eine Basis wie es ja auch bei Bitcoin gibt also ich habe hier Bitcoin und dann wird darauf ein zweites Layer gelegt wie wenn ich Windows Betriebssystem habe und ich lasse darauf zum Beispiel Programme laufen und die Programme kann ich sei es zum Beispiel Excel gewisse Dinge tun genau das ist im Kryptobereich ich kann dann mit manchen Apps etwas tun und das baut etwas auf auf der Blockchain auf der Basis da kommt so viel enorm wenn ihr mehr Informationen wollt dann kann ich auch darüber gehend ein Spezial webinar anbieten wo ihr sehr tief in diese Materie mit mir einsteigen könnt vielleicht sogar auf hoher Ort wäre das toll so Veranstaltungen zu etablieren und ich werde euch die grundlegenden Informationen einmal ganz ganz in einer kurzen kompakten Zeige vielleicht ein zwei oder drei Tage mal so rein entzünden und zu zeigen dass es hier ein Weg gibt der in die Freiheit führen kann nicht nur von mir sondern in viele andere einen auch ich habe auch schon mal gelesen das Trojanische Pferd der Freiheit habe jetzt da habe ich es liegen Bitcoin als Chance im Kampf gegen die Selbstbestimmung und Menschenrechte und damit ich auch mal schon langsam zum Ende komme weil es weit ist natürlich schon zu stark aus also Goldpreis ist enorm nach oben gekommen Cardano die Woche mit dem Hardfork erfolgreich vor kurzem die Meldung ist vom 2. September also auch noch brand neu dann eben die Schweizer Bank die da was anbietet Finanzen also du siehst alles geht in die Richtung wir könnten auch viel viel mehr News von diesem Jahr geben was hier alles passiert ist und was einfach ganz klar zeigt dass das alles was wir hier auf dem CoinMarket Cap schon mittlerweile finden kann sehr vieles davon nicht alles da ist um zu bleiben wenn es genutzt wird wenn es einen Sinn ergibt manches wird davon natürlich auch in den nächsten Jahren wieder verschwinden gar keine Frage es sollte keine Investment Empfehlung in den Sinn ansehen es sollte eine Idee geben dass hier etwas kommt was da ist was eine Chance bietet nicht nur für mich sondern für die ganze Gesellschaft hier eine positive Veränderung zu vollziehen die dringendst notwendig ist auch in Bezug auf die Freiheit die Selbstbestimmung die uns in den letzten Jahren auch sehr sehr stark genommen wurde und diese Angst mache und das Steuern von immer wieder Kriege herbeizuführen und etwas wieder abzureißen und wieder es wird natürlich nie komplett verschwinden aber in dieser Dramaturgie wie das alles aufgebauscht ist wird das Geld definitiv definitiv verändert und auch dass wir unseren Planeten nicht mehr so zerstören wie wir es die letzten vielen Jahre aus unterschiedlichen Industriezweigen gemacht haben sei es jetzt die Metallindustrie und so weiter ich habe auch dann einmal erkannt was Aluminiumabbau verursacht hat mir in der Lehrzeit niemand erzählt in der Schule warum auch nicht warum sollte das da jemand erzählen weil sonst würde er wahrscheinlich mit diesem ganzen Irrsinn nicht mehr mitmachen und das war es auch schon im Großen und Ganzen in die Freiheit in die Selbstbestimmung mit dem Kryptobereich mit Ideen die da sind ich verlinke euch das alles unten was ich euch heute in der kleinen Zusammenfassung gegeben habe und auch den Einstieg das finanzielle Bildung Basiswissen da ist dass Informationen einfach nicht da sind die was in der Gesellschaft hier sein sollten warum auch immer weil nicht Interessen dahinterstehen dass man mehr oder weniger ein dummes Volk hat dass man schön leichter lenken und manipulieren kann Manipulation auf unterschiedlichen Ebenen also nicht hier die Manualtechnik wo ich dann mit der bohlen Körperarbeit zum Beispiel einen Pult setze und der Körper entscheidet selbst was er mit dieser Information anfängt sondern es ist eine Manipulation die erdrückt auf Dauer Energie hinein zur Energie im Körper nicht leben lässt durch dieses jahrezehntelang der Erdrückung führt dann leider auch immer dann wieder mal zu Revolten wenn man dann vor allem auch so etwas macht wie enorme Inflation und das einfach dann die Superreiken für sich nutzen und einfach die großen Institute die sich natürlich jetzt im Kryptomarkt auch positioniert haben vorher haben sie das über viele Jahre schlecht geredet jetzt hört das schlecht reden immer weiter auf und findet auch in breiten Medien Anklang weil sich die großen positioniert haben um von diesem Markt zu profitieren und sich einfach auf diesen Beinen aufgestellt haben und bereit zu sein dafür und die Frage ist nur Wann geht der nächste Zyklus richtig los es wird sich zeigen dem Sinne war es auch schon wieder mit den Humsys Krypto News macht es gut Humsys Functional Bewegt bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon darauf wenn du wieder live dabei bist oder dir die Aufzeichnung ansiehst lass mir vielleicht ein gefällt mir da und teilt eventuell mein Video und schau dir die Informationen an die ich dir unten verlinke plus dieses geniale Projekt kann ich nur empfehlen denn das könnte jetzt auch deine Chance sein da mit dabei zu sein auf eine einfache Art und Weise in dem Sinne war es das auch pfiat euch und auch e in v v v v v v Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020